Ekaterina Leonova verrät ein spannendes Detail über ihre Let's Dance Partner und Proben. Let's Dance Ekaterina Leonova, Timon Krause durch neuen Tanzpartner ersetzt. Bei Let's Dance pulsierte in diesem Jahr ein Tanzpaar ganz besonders. Tänzerin Ekaterina Leonova, 36, und Mentalist Timon Krause, 29. Die beiden sollen sich während der Proben näher gekommen sein, bestätigt hat das bisher jedoch keiner der beiden. Dafür postete die gebürtige Russin kürzlich jedoch einen Strauß Roter Rosen in ihrer Instagram-Story mit den Worten eine wunderschöne Überraschung. Kein Wunder, dass sich die Fans seit jeher fragen, was zwischen Ekaterina und ihrem Tanzpartner läuft. In den kommenden Wochen wohl eher weniger, denn die Let's Dance Tour steht an. Bei dieser wird Ekaterina mit von der Partie sein, Timon hingegen musste absagen, da die Tour mit anderen Projekten kollidiert. Statt mit dem 29-Jährigen wird Ekaterina Leonova nun mit einem anderen Kandidaten tanzen. Und genau darüber hat sie nun ein Geheimnis verraten. Let's Dance, Ekaterina Leonova, wir haben keinen festen Partner. Bei der Tour wird Ekaterina Leonova mit Ingolf Lück tanzen, doch nicht nur. In einem QA auf Instagram wollte ein Fan von der 36-Jährigen wissen, ob sie einen festen Tanzpartner hat oder ob dieser wechselt. Ekater klärte auf. Wir haben keinen festen Partner. Jeden Tanz tanze ich mit jemand anderen und sogar innerhalb eines Tanzes wechseln wir uns immer wieder. Damit ist ein Geheimnis der Let's Dance Tour gelüftet. Eine Frage bleibt jedoch offen, ob Ekaterina auch im privaten Leben keinen festen Partner hat oder ob dieser doch existiert. Doch das ist ein Thema, das nur Ekat selbst etwas angeht und das sie vielleicht teilen wird, wenn sie so weit ist.